natalie volk gibt liebesupdate sind sie und frank otto noch ein paar hamburg wie steht es um den beziehungsstatus von ex germany's nexta model kandidatin natalie volk 26 alias miranda de igrande und frank otto 66 seit ihrer liaison mit dem verurteilten totschläger timor a 46 und einem überraschenden liebes comeback mit frank otto vor fast zwei jahren ist es still um das ungewöhnliche pärchen geworden fans fürchteten dass es zwischen den beiden erneut gekriselt haben könnte vor einigen monaten heizte das model diese gerüchte noch weiter an in einer fragerunde erklärte es zwar nach wie vor vergeben zu sein doch als ein follower wissen wollte ob sie irgendwann mal heiraten wolle antwortete natalie ja wenn der richtige mann kommt ist eine hochzeit mit dem versandhaus erben also ausgeschlossen mit dem 40 jahre älteren frank otto kam natalie volk bereits zusammen als sie erst süße 18 jahre alt war die beiden waren auch schon verlobt doch weil es unterschiedliche wünsche in sachen familienplanung hatte trennte sich das paar 2021 die frage zwischen den beiden scheint bis heute nicht so richtig geklärt zu sein denn immer wieder deutete natalie auch zuletzt noch an sich nichts schöneres vorstellen zu können als mutter zu werden doch ob frank dazu inzwischen seine meinung geändert hat ist fraglich zum valentinstag meldete sich die 26 jährige jetzt aber immerhin mit einem kleinen liebesupdate bei ihrer community natalie volk freute sich über frank otto's worte zum valentinstag ein an Untertitelung des ZDF, 2020